hallo schön dass ihr eingeschaltet habt wir sind immer noch in der numismatischen woche unterwegs und in diesem video geht es um die 65 d mark gedenkmünzen von 1974 bis einschließlich 1976 auch diese münzen haben allesamt einen feingehalt von 625 tausendstel das bedeutet umgerechnet 7 gramm feinsilber der rest besteht aus kupfer alle 5 d mark gedenkmünzen die seit 1953 ausgegeben wurden findet ihr von mir vorgestellt hier oben verlinkt im folgenden geht es chronologisch weiter im text und zwar mit der 18 gedenkmünze aus mai 1974 erstmals im mai 1974 ausgegeben die anlässlich 25 jahre grundgesetz der bundesrepublik deutschland ausgegeben wurde nebenbei bemerkt ist es durchaus erwähnenswert einmal hervorzuheben dass es die bundesrepublik deutschland noch keine 100 jahre gibt aber machen wir weiter die 19 gedenkmünze erinnert an den 250 geburtstag von immanuel kant er gilt als einer der bedeutendsten vertreter der abendländischen philosophie und einer seiner bekanntesten aussprüche ist wohl der sogenannte kategorische imperativ also so zu handeln dass die maxime des eigenen willens jederzeit zugleich als prinzip einer allgemeinen gesetzgebung gelten könnte könne nicht könnte so viel genauigkeit muss sein es geht weiter mit der 20 gedenkmünze und zwar ausgegeben seit februar 1975 diese münze gedenkt dem 50 todestag von friedrich ebert dem ersten reichspräsident der weimarer republik die 21 gedenkmünze steht relativ unspektakulär für das europäische denkmal schutzjahr 1975 und die 22 gedenkmünze wurde anlässlich des 100 geburtstages von albert schweizer ausgegeben dieser bedeutende denker kam 1915 in afrika auf einem fluss in bedrängnis mit einer herde nilpferde und erkannte in diesem moment dass er leben ist das leben will inmitten von leben das leben will darum lautet die randschrift seiner gedenkmünze auch ehrfurcht vor dem leben die 23 gedenkmünze stammt aus dem jahr 1976 und sie gedenkt dem 300 todestag von hans jakob christoph von grimmelshausen einem deutschen schriftsteller das motiv der münze ist an sein hauptwerk der abenteuerliche simpli zissimus teutsch angelehnt ein schelmenroman das waren nun sechs gedenkmünzen der deutschen markt die allesamt als angstsilber geeignet sind weil sie relativ kostengünstig sind und ohne zeitliche begrenzung bei allen filialen der deutschen bundesbank in euro umgetauscht werden und somit nicht unter ihren nominalwert fallen können ich habe das gefühl ich wiederhole mich im nächsten teil dieser videoserie geht es um die letzten 5 d mark gedenkmünzen nämlich um jene fünf stück von 1977 bis einschließlich 1979 es bleibt spannend einstweilen alle silberhaltigen gedenkmünzen der deutschen markt von mir vorgestellt findet ihr hier oben verlinkt und wenn ihr kein video verpassen möchtet und ihr meine arbeit hier auf youtube unterstützen möchtet dann abonniert jetzt diesen youtube-kanal das ist kostenlos und mir hilft es sehr weiter und wenn euch dieses video gefallen hat dann gebt diesem video gerne einen daumen nach oben und in jedem fall sehen wir uns sehr gerne im nächsten video wieder ich wünsche euch alles erdenklich gute und gerne bis bald